Hä? Ne, alle Jahre wieder kommt der Pädobär. Mittlerweile ein, die muss Bots da da sein. Jetzt ist es ein Erfrohr! Na dann mach ruhig die Musik läuft! Hi Leute! Hallo! Ich hör keine Musik! Da ist der Pädobär! Der Pädobär kommt! Lauf Leckwit! Nein! Der hat mich schnell genommen ey! Oh nein! Oh der zweite Pädobär! Oh Gott! Nein, 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 nein! Der geht weg! Nein! Ich hab leider echt keine Musik mehr! Oh nein! Nein, der dritte! Ich hab die Musik auch nicht, aber ist ganz gut so! Nein! Nein! Oh mein Gott, er erwischt mich jetzt! Er erwischt mich jetzt! Oh nein! Kann man die Sicht ändern, Leute? Nein, kannst du nicht! Nein! Aber es hat leider keine Musik! Das ist sehr schade! Oh nein! Ja, der hat mit dem Pädobär getanzt hat er denn! Ich erwischt der dich! Ich hab leider hier keine Musik! Du musst im Nachhinein runterlegen! Genau! Einfach im Nachhinein runterlegen! Da kommt er! Er kommt! Bau! Oh nein! Und ich dachte immer, als Kind kann man bei Auge zu Mund auf bedenkenlos mitspielen! Oh Gott! Da kommt der Nächste! Der Zweite Star! Alter! Manus, geh hier weg! Manus, geh hier weg! Manus, geh hier weg! Manus, geh hier weg! Der Zweite Star! Nefi, da hinter dir lauf! Nefi, da hinter dir lauf! Ich tanz' hier mit 2 Bären! Oh da kam nochmal über dai! Oh shit! Oh shit! Ich tanze da mit 2, dann kommen noch 2 von hinten, das ist ja ein bisschen zu Matsch. Ja, 2 Stück auf einmal, das hat ja nichts mit 2 zu tun. Nein, da kommt er wieder, er holt sich gleich Malus. Nein, 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 das Gute zum Schluss nicht. Oh nein, das ist der nächste. Geh runter von mir. Geh runter von mir, du Arsch. Wir spielen leider immer noch die Version ohne Animativ. Ich spiel sogar Special Feature ohne Musik. Immer Arsch an der Wand Leute, Arsch an der Wand, Arsch an der Wand. Was machen alle? Aber dann musst du den Mund doch zulassen, Nephi. Okay. Oh mein Gott, ey. Wer ist am kiten, ey? Ja, ich kenn sie! Von rechts! Von links! Links! Oh, die Andes! Ich wollte ihn zu Dalu ziehen, ey. Ich hab den Anden an dein Bein gestellt. Ich hoffe, das war nicht schlimm. Wurdest du von hinten geholt, Dalu? Natürlich wird Dalu von hinten genommen. Nee, weil ich hab einen so zu dir rüberge... Privatsphäre, ey. Echt mal. Ah! Wo ist er? Da ist er. Nein! Hinter dir, Kunran! Ah ne, vor dir. Nein! Das ist der zweite. Ey, verzieh dich, Goro. Oh Gott, geh weg. Goro, was ist rosa und guckt aufs Wasser? Nein! Oh nein! Oh! Multi-Sping? Hey! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Alter, wieder Sachsen ali. Arsch in die Höhe. Manus, Achtung! Oh! Manus! Wer steht denn irgendwo der Rattenfächer-Petter? Das ist Liquid! Und Liquid wird ja von einem! Von einem! Von einem! Ja, wow, Alter, der Typ war da, der war auf Speed, war der, äh. Ja, der war das Geil. Vielleicht hat man auch drei gekitert ohne Probleme, aber der war irgendwie ein bisschen... Ja, der wollte mehr. Der hatte Bock, äh. Seid Liquid 12. Oh nein! Oh nein! Oh! Hilfswärmig! Oh! Oh Gott! Der kam aus dem Schatten! Ach, sag doch, Alter, dass man splinden kann! Oh Mann, der hat mich gefrescht! Oh nein! Der ist Sachse! Double Penetration Sachse! Oh Gott! Oh, Sachse! Die Zahnspärzen ist das... Oh, Juni! Oh, Liquid! Der war eng! Der war... Jetzt wird's eng, Alter! Oh, wie ist die ganze Gang mehr was passiert? Oh! Oh, da kommt noch einer! Ja, wir haben... Tanzt mit mir, Jungs! Was ist da los? Goro und Manus sind... Liquid macht das super! Oh, Manus! Manus! Die wollen nur mit dir spielen! Wenn du müde wirst! Oh! Da ist noch einer! Oh! Oh! Shit, ey! Da kam noch einer von der Seite, ey! Das gibt's doch nicht! Der Camper! Der Camper! Der Camper! Der Camper! Der Camper! Der Camper! Da bist du angestoßen, ey! Los, geh! Anstoß! Ey, Goro, du warst jünger wie ich, ey! Wenn du so viele auf einmal hast, du kannst ja nicht Richtungen wechseln. Du kriegst ja nicht irgendwo anders hingezogen, ey! Da kommt er! Da kommt er! Da kommt er! Hinter dir! Lauf, Anne! Du musst am Ball bleiben! Das ist so geil, Alter! Hinter dir! Lauf, Nancy! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab's beobachtet! Wer war das? Da wollte mich einer auslieben! Hinter dir, Goro! Alle drei da hinten zusammen. Alle drei zusammen. Tino, sei dran. Ah, hinter uns! Oh, da kommt noch einer. Oh, oh, Nephi wird geraped. Nephi, denk dran, das Leben ist wie ein Teller Suppe, ne? Nur wenn du heiß bist, wird geblasen. Manos, jetzt nimmt er sich auf die Alten und Schmache. Egal. Manos hält nicht mehr lange aus, glaube ich. Einmal kurz, was so entspannt. Nein, Nephi wird geraped. Lauf, Goro! Lauf, Goro, sie sind hinter dir. Nimm dies! Was denn? Den einen? Wenn du schwach bist, legen die richtig los. Ich log ihn mal zu dir, Kunran, wenn das okay ist. Geh weg. Oh, Alter. Ich kann hier eine drücken. Oh nein! Lauf, Kunran! Du kannst Shift drücken, Kunran, dann sprittest du, ne? Da kamen einfach noch welche von der Seite. Das kriegst du nicht, ey. Da hast du schon sieben Stück da wieder tanzen, ey. Den Manos hab ich übrigens getötet, weil ich den einen, der mir hinterher gelaufen ist, direkt zu ihm gebracht habe. Alle Jahre wieder, Leute. Nächstes Jahr, Weihnachten! Jede Dispenser hier. Da ist der Erste! Jeder Daumen hoch erhöht die Chance. Ciao, Goro! Goro hat sich aufgepasst. Oh, er ist wieder hinter Manos her. Anne! Oh, Anne! Tja, wer Anos im Namen hat, muss damit rechnen. Blut! Blut! Oh nein! Oh nein, geht weg! Geht weg! Ich will euch nicht! Was von einem ran! Nein! Nein, 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 nein! Wahnsinn! Monster, keine kommen! Was denn? Das sind nur zwei! Ich hab schon ganz andere Sachen gehändelt. Das kommt davon, wenn man sie scheider Monster nennt. Die haben ein Happy Ending. Gibt's noch einen kleinen Braten, ey. Für einen kleinen Entenbraten. Ente. So, an Weihnachten isst man auch gerne Entenbraten. Und zwei mögen es ein bisschen reifer. Und zwei mögen es ein bisschen reifer. Verdammt! So, Leute, lasst euch heute Abend reich beschenken. Und denkt immer dran, das größte Geschenk ist die Liebe. Goro hinter dir! Man weiß nicht aus welcher. Oh Gott, er holt sich Goro, Leute. Oh Gott! Gibt der denn Gas? Der mit Anlauf entgegengeraten. Anlauf statt Gleitgehen. Oh, if he won't geraped! Double Penetration bei Tars! Oh nein! Oh nein! Geht weg! Oh nein! Unersättlich ist der! Unersättlich! Unersättlich! Die teilen sich auf! Naja, wenn der sich zwischendurch so ein Skelett reinpfeift... Oh da, jetzt holen sie sich Anne! Guck uns das Spiel an, ey! Lauf! Los, Anne! Nein! Los, Anne! Da kommen noch zwei zu Anne, ey! Oh, die kriegt noch einen sechsten! Ne, der geht zu Liquid! Oh jo! Der Shiner Boster ist nicht so interessant! Anne kann jetzt erstmal nen Tag nicht mehr aufs Klo gehen, ey! Warte, den locke ich auch noch zu! Alter Liquid! Oh nein! Ich locke die zu dir, Junge! Was los? Ja! Letzte Runde! War ein bisschen viel, ey! Letzte Runde! Letzte Runde! Die gewinne ich! Bestes Spiel auf YouTube! Das heißt, du bist als erstes genommen, Anne? Ja, ich werd erster! Der frühe Vogel entspannt den Wurm, Anne! Das ist so ein Spiel, wo man endlich mal erster schreien kann, ey! Oh oh! Der Pädobär schreit gleich erster, wenn er Liquid hört, ey! Da kommt der Nächste! Vorsicht! Ey, Goro, du stehst genau vom Tor! Erster! Der Goro rennt hier noch, ey! Erster! Oh nein! Goro ist so ein richtiges Gerippe, ey! Ach, hier abgehört! An der Wand wollen Leute mit dem Pädobär tanzen, ne? Nein! Oh nein! Da kommt der Zweite! Geht weg! Ich bleib bei Manus! Ja, ich will keiner! Den hab ich nen alten, schwachen! Oh Goro, pass auf! Von rechts kommt doch gleich was! Oh, da kommt der! Was? Der ist weg! Ich spinne noch an ihm vorbei! Oh! 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 Oh, der ist auch ein Ding! Oh! Bis zum nächsten Jahr, Leute. Wir sehen uns nächstes Jahr. Auf den dicken Sack, Leute. Tschüss.